Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Hier seht ihr die letzten Vorbereitungen für ein neues Experiment. Wir widmen uns heute wieder dem Honigwein, insbesondere einem mittelalterlichen Rezept aus dem Buch von guter Speise oder auch bekannt als Würzburger Kochbuch. Das Rezept ist aus dem frühen 14. Jahrhundert und ich habe es ursprünglich auf einem anderen Kanal gefunden. Medfreunde unter euch werden ihn schon kennen. Der Kanal nennt sich Die Medhalle und ich verlinke ihn euch unten in der Videobeschreibung. Das Rezept ist von den Zutaten her relativ einfach gehalten, deswegen dachte ich mir, es passt gut für das Experiment. Hier im Gärballon seht ihr schon das Ergebnis. Ich habe den Ansatz schon vorbereitet. Die einzelnen Schritte werde ich euch jetzt nach und nach noch einblenden. Im Hintergrund haben wir das Spezielle daran. Dieser Medhalle wird nämlich Holzfass gelagert. Ich habe hier einen Eichenholzfass. Fassungsvermögen etwa 3,5 Liter. Es wurde schon ein Jahr mit Sherry und süßem Rotwein vorbelegt. Den habe ich jetzt schon abgelassen. Das Fass enthält momentan Wasser, damit es nicht ganz austrocknet, bis der Medh soweit ist, um darin eingelagert zu werden. Zu den Vorbereitungen des Ansatzes an sich. Wir haben hier 2 Kilo Honig, jeweils 1 Kilo Akazien und 1 Kilo Blütenhonig. Das Rezept sieht an sich 2 Maß Wasser und 1 Maß Honig vor im Originalen, wobei ich mir momentan nicht ganz sicher bin, ob Maß ein Gewichts- oder ein Volumenmaß darstellen soll. Im Mittelalter wird er weniger mit Gewicht als mehr mit Volumen gearbeitet worden sein und Honig hat eine viel höhere Dichte als Wasser. Deswegen ist das Verhältnis 2 zu 1 hier wahrscheinlich nicht anzuwenden. Ich werde trotzdem den Standardweg gehen und am Ende hoffentlich ein Verhältnis von 2 Teilen Wasser zu 1 Teil Honig haben. Bei 2 Kilo Honig und insgesamt jetzt 6 Litern Flüssigkeit trifft das noch nicht zu. Es wird allerdings noch 1 Kilo Honig wahrscheinlich zum Nachsüßen benutzt werden. Weiter ging es dann mit der Erstellung eines Hopfensuds. In diesem Rezept kommen nämlich Hopfen und Salbei zum Einsatz. 25 Gramm Hopfen sowie 20 Gramm Salbei. Ich wollte die Gewürze nicht auskochen, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eine Art Tee zuzubereiten. Einfach Wasser kochen und danach dann die Gewürze in einem Filterbeutel in dieses Wasser hängen. Die Gewürze hatten 30 Minuten Zeit durchzuziehen, dann habe ich den Filterbeutel wieder entfernt und so einen Gewürztee erhalten. Auch der ist hier im Ansatz mitverarbeitet. Am Ende ging es natürlich noch ans Aufschmelzen des Honigs. Ganz wie gehabt, Honig in Wasser auflösen. Das Wasser darf nicht zu heiß sein. Einfach so warm, dass man gut noch die Hand darunter halten kann. Alles über 40 Grad zerstört zu viele Bestandteile des Honigs und da wäre es sehr schade darum. Letztendlich kam noch ein Liter Natur drüber Apfelsaft zum Einsatz. Ja, mir ist bewusst, dass man das Getränk dann nicht mehr echten Med nennen darf. Aber durch die Holzfasslagerung ist dieser Punkt sowieso schon eigentlich vom Tisch. Ganz zum Ende dann noch die Hefegabe. Auch hier kam wieder Medreinzuchthefe zum Einsatz. Diesmal habe ich sie nicht direkt aufgestreut, sondern schon in einem kleinen Schluck Wasser aufweichen und rehydrieren lassen. Ich bin der Meinung, dass sie dann ihre Arbeit besser erledigt und weniger Hefezellen direkt beim Beimpfen des Ansatzes sterben. Das bringt uns auch schon zu dem Bild, das ihr jetzt seht. Die Vorbereitungen waren, wie gesagt, relativ einfach gehalten. Gehen schnell von der Hand bis auf die Zubereitung des Kräuter- bzw. Gewürztees, der seine 30 Minuten Ziehzeit einfach einhalten muss, damit genug Stoffe aus dem Gewürzen gelöst werden, um hier im Wasser zu landen. Die erste Eigenheit der Gärung gibt es schon an Tag 1. Die Hopfenbestandteile, die es durch den Filter geschafft haben, schwimmen nun auf der Hefedecke auf. Bedeutet für mich, dass wir wahrscheinlich diesen Medansatz relativ zügig von der Hefe abschlauchen müssen, sobald die erste Gärungsphase beendet ist, dann fülle ich ihn in einen neuen Gärbehälter um, denn solche anhaftenden Hopfenharze könnten an der Glaswand als Infektionsgefahr für Schimmel oder Fremdhefen dienen. Es sind nun etwa vier Wochen vergangen. Wie ihr erkennen könnt, ist am Gärspund kaum noch Aktivität festzustellen. Ich habe den Medansatz inzwischen dreimal mit je 500 Gramm Honig nachgesüßt. Ich schätze mal, dass die Gärung nun fast abgeschlossen ist. Der Alkoholgehalt, den ich gemessen habe, bewegt sich bei etwa 15%. Das wurde wieder mit der Spindel- und Refraktometer-Methode gemessen. Das Vinometer zeigte mir 23%. Und das ist ein sehr unglaubwürdiger Wert für einen Honigwein. Den 14-15% traue ich hier eher. Das heißt allerdings, dass der Ansatz jetzt wirklich fast schon fertig ist und es Zeit ist, ihn in das Eichenfass umsiedeln zu lassen. Werfen wir mal einen Blick auf den Ansatz selbst. Der sieht ganz passabel aus. Ab und zu tut sich, wie gesagt, noch etwas im Gärspund. Der Med hat sich auch noch nicht geklärt. Es ist also noch etwas Restgärung vorhanden. Ich werde jetzt 3 Liter dieses Ansatzes in das Fass umfüllen. Der Rest verbleibt im Gärballon, darf noch fertig gehen, sich langsam klären und wird dann wahrscheinlich in absehbarer Zeit einmal getrunken werden. Der Teil, der im Fass landet, wird etwas länger reifen dürfen. Ich schätze mal, dass ich ihm 2-3 Monate Zeit gebe und wird dann nachher noch einen Blick darauf werfen. Jetzt ist es erst einmal Zeit, 3 Liter, wie gesagt, hier in das Fass einzufüllen. Das Wasser, das dazu da war, das Fass nicht austrocknen zu lassen, habe ich mittlerweile entfernt. War relativ unspektakulär. Es ist relativ klar herausgekommen, also hat kaum eine Färbung aufgewiesen. Wundert mich auch nicht. Das Fass hatte ich ja vorher schon ungefähr ein Jahr lang mit Portwein und süßem Rotwein belegt gehabt, um einmal die starken Holzaromen herauszubekommen. Das Befüllen des Fasses zeige ich jetzt nur exemplarisch mit einem Liter. Das ist ein nicht allzu spannender Prozess und deswegen macht es keinen Sinn, hier die Kamera bei allen 3 Litern laufen zu lassen. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, falls euer Fass einen Abblashahn hat, dass dieser auch gut verschlossen ist, denn sonst plätschert unten einfach alles wieder hinaus. Die Dichtheit des Fasses solltet ihr natürlich im Vorfeld auch geprüft haben. Ich habe das eben damit erreicht, dass es vorher schon mit Wasser belegt war und damit gewährleistet ist, dass es auch dicht ist. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das Fass doch mit 3,5 Litern zu füllen. Man sieht hier im Spundloch, dass der Flüssigkeitsstand schon relativ weit oben ist. Viel mehr passt nicht mehr hinein und die Luftdecke, die hier oben drüber liegt, dürfte klein genug sein, um keine Gefahr darzustellen. Am Ende wird das Fass noch mit einem Gärspund verschlossen. Man könnte hier auch einen Korken benutzen, wenn man sicher ist, dass der Mähd auf jeden Fall schon fertig durchgegoren ist. Bin ich mir jetzt momentan noch nicht, deswegen habe ich mich eben für den Gärspund entschieden. Hier kann, falls noch größere Mengen an CO2 produziert werden, noch genug Gas entweichen. Das kann vorkommen, und zwar wenn die Hefe, die jetzt wieder etwas aufgewirbelt und neuen Sauerstoff bekommen hat, wieder anfängt, den restlichen noch vorhandenen Zucker doch noch zu verstoffwechseln. Wir werden sehen, wie sich das noch entwickelt. Im Gärballon verbleiben noch etwa 5 Liter. Das heißt, der Ansatz war etwa 8,5 bis 9 Liter groß. Ich habe in der Zwischenzeit beim Nachsüßen beim ersten und beim dritten Mal auch jeweils vom Hefebodensatz abgezogen. Deswegen seht ihr hier kaum eine Bodensatzbildung. Das habe ich deshalb gemacht, weil dieser Mähd jetzt doch relativ lange im Fass liegen wird und ich Autolyse vermeiden will. Das täte einen Fehlgeschmack in den Mähd bringen. Deswegen sollte er, bevor er ins Fass kommt, auch schon entsprechend hefearm sein, damit sich hier nicht allzu viel bilden kann, das dann nachher eben Autolyseiert, also sich selbst zersetzt und nicht ganz so angenehme Geschmäcker mit in den Mähd bekommt. Der Gärballon an sich wird natürlich auch wieder mit dem Gärspund verschlossen. Den lasse ich jetzt noch ein bis zwei Wochen stehen, bis der Mähd beginnt, sich selbst zu klären und dann wird es Zeit für die Endverarbeitung. Also Klärung entweder mit Kieselsohl oder noch einmal vom Bodensatz abziehen und weiter selbst klären lassen. Das war es dann auch schon für diesen Teil. Bis der Mähd im Eichenfass nun fertig gereift ist, werden zwei bis drei Monate vergehen. Das werde ich jetzt nicht noch abwarten, sondern diesen Teil eben schon im Vorhinein veröffentlichen. Wenn euch das Endergebnis interessiert, würde ich euch empfehlen, den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr nicht, wenn das zweite Video zum Honigwein im Eichenfass veröffentlicht wird. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.